Das Turnfest ist die größte Breitensportveranstaltung Deutschlands. 2005 findet das Turnfest in Berlin statt und ist zum ersten Mal international. Ein besonderes Highlight ist die Turnfestgala. Über ein Jahr lang entwickeln Turner, Theaterintendanten, Choreografen, Verbandsmitglieder, Ehrenamtliche und Eventmanager eine außergewöhnliche Show des Turnens. Und die Zuschauer hier in der Deutschlandhalle, sie feiern, sie stehen schon jetzt auf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon jetzt eine Gänsehaut, eine tolle Atmosphäre hier in der Deutschlandhalle. Das Herz der Sportstadt Berlin, es schlägt heute eben in dieser Halle. Es ist ein bisschen so etwas wie eine künstlerische Eröffnung des Turnfestes. Und jetzt gleich erleben wir die Präsentation des Logos des Internationalen Deutschen Turnfestes 2005. und 5. Deine Deine David 200 Mitwirkende aus allen Teilen der Welt gestalten eine Gala, die Modernität und die Zukunft des Turnens international und facettenreich präsentiert. Ganz ohne Moderation, allein durch die choreografische und künstlerische Umsetzung steht der Sportler im Mittelpunkt der anderthalbstündigen Show. Die Inszenierung auf der Bühne beginnt mit dem Anfang jeder Bewegung, einem Herzschlag. Turnen als Erlebnis, an jedem Ort, zu jeder Zeit, für jeder Mann. Das Finale motiviert und vereint die Akteure und die insgesamt 18.000 Besucher in der dreimal ausverkauften Deutschlandhalle ebenso wie die zugeschalteten Fernsehzuschauer. Berlin bewegt uns, wir bewegen Berlin. 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 Untertitelung des ZDF, 2020